Hallo Freunde. Die Probleme von Red Cliff haben wir uns erst einmal gelöst. Wir waren hier drin, haben uns ein bisschen unterhalten und es ging alles gut ab. Er hat ein Flammenschwert inzwischen abgegradet. Und er hat ein Elektro-Klöppel. Es ist ja geil, dass auch die Effekte da kommen. Finde ich jetzt irgendwie schon cool. Na klar müssen die dabei sein. Und sie ist halt für Kämpfen wichtig. Na gut, und sie ist halt für Heilung mit wichtig. Nur 2 Heiler und 2 Kämpfer. Oh, es klappt auf dem Morrigan. Ich will schon mit Morrigan das dann ganz gern machen. Gut, das haben wir eigentlich alles erledigt. Jetzt gibt es Succas Pass. Ne, wir gehen jetzt ein für alle Mal nach Denerim. Ähm, hätten wir schon lange hin sollten. Hä, hin sollen. Dann mal nach dem Rechten zu gucken. Aber der obligatorische Zwischenfall. Oh, ja. 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 Ja, der macht das genau richtig dieses Mal wenigstens. So. Oh, ja. Oh, ja. Der hat klasse gemacht. Ah, war doch wieder mal. Jawohl, gut. Oh, ja. Obwohl, der kann eigentlich jetzt Gift machen, der Alice. Die haben wir doch jetzt gelernt, gell. Wir müssen mal die Giftliste ein bisschen beibehalten. Yes. Oh, ja. Ja gut, hier gibt es nichts. So eine blöde Fliege, die mir um die Nase fliegt, geht ja gar nicht mal. Ich bin ein kleines Halt und ich bin ein kleines Halt und ich bin kein Fass. Soll ich dich hier? Sie wissen ... Vielleicht ist das nicht die besten Zeit, um das zu denken, aber ich habe etwas zu fragen. Sobald wir jetzt in Deneram sind, ich frage mich, ob wir vielleicht in der Erde können. Ich habe eine Frau, eine half-sister. Ich habe dir über meine Mutter gesagt, sie war ein Servant in Redcliffe Castle, und sie hatte eine Daughter. Nur ich wusste nie über sie. Ich glaube, sie wusste nicht über mich. Sie haben mir ein Geheimnis gehalten, aber nachdem ich ein Great Warden geworden bin, habe ich ein paar Checkungen gemacht. Und, naja, ich habe herausgestellt, dass sie noch immer wieder in Denerim ist. Ja, ist ja irgendwie cool. Soll ich sie nicht? Was ist das, wenn du siehst? Ich würde sie nicht mehr tun. Also, herzlich willkommen in den Motherfucking Denerim. Chantersport, Chantry. The deep dark before dawn's first light seems eternal. Okay. Und jetzt werden wir einfach mal, nachdem sie ihre Hand da so schön dahin hält, schau. Also, Vorsicht. Ach du Kacke. Find Raxl, oh god. Defending ocean of light, missing. Fessal's quest, Master Fessalism, Guild of Free Sailors. Sailors from this chanter that well about. Many valuables. Login's push. This is what has arrived at the American Visitor and Login out of us. Fessal nation. Is here. I was not usual to post true movements to the public body with a master for better breath run. Near there. Okay. Was heißt das Quest, habe ich nicht verstanden. Man soll es halt gut behandeln. Schwere Aufgabe für mich, klar. Kann ich nicht versprechen, dass ich das schaffe. Ah, Runner has brought me a group of dark spawn. Jetzt ist es halt so, die Gebiete sind eng begrenzt. Wir werden alle Quests lösen können. Gehe ich jetzt mal davon aus. Nicht so wie in World of Warcraft, wo man auch immer nach Winter... Winterfell denke ich mal, Winter Springs... Der schon wieder. Why is the cathedral closed? Oh. Was ist mit deinem Freund? Was ist mit deinem Freund? Sie singen die Chant? Es ist ein Funeral, ist es? Sie sind noch egal. Sie sollten die eigene Arbeit von Lilium zur Folge sein. Aber es ist erinnert, dass sich der Wasser bedeckt. Es ist die Lirium das macht. Es ist die Lirium der Videos. Lirium, das ist die? Es war nicht so. Aber es ist nicht so. Da sind wir, die einen sicher und die Schwierigkeiten voran, Gäี้len. Und kein Verhaal. Es ist nicht die Lirium. Wenn Sie nicht zijn, das wollen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. es sind also es sind also lyrium junkies oder was jürgium junkies mann you're the grey warden aren't you exactly who I was hoping to meet I represent a collective of mages interested in going about their lives without the constant scrutiny of the chantry was is not against the chantry's box we harm no one I assure you and we enforce the chantry's laws among ourselves all we seek is a life outside of the Templars shadow next to me and in every major settlement you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over the land who need the assistance of someone skillful and discreet klingt ja cool also irgendwie thank you my friend take a look at these requests we have agents in every major settlement to reward you for work done on behalf of the collective makers smile upon you okay the mages collective oh yeah the scrolls of banners da hab ich den nicht ich glaube jetzt hier in dennerim der geht es richtig los okay okay it was last thing that that brazilian forest the this collective Oh, yeah. Also hier werden wir uns Stunden aufhalten. Also richtig ewig. Just Master here, Master there, Wait's Emporium, Gul'dana's house. Du bist hier, um ein Verbrechen zu informieren? Ich versuche, wir sollten nur den gesamten Städten entfernen. Oh, uh, kann ich dir helfen, Warden? Ja. Wie geht es um Angegern? Du bist hier, was angegelt? Aber du bist hier? Du bist hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin der Hauptmann, der Hauptmann ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, dass ich Arl Howe. Wenn ich endlich die neuen Männern auszurem habe, dann habe ich die frohreste Überraschung, dass sie ihre Königinige, nicht trainiert werden. Aber die Königin immer noch mehr. Es ist eine gute Geld, keine Anwaltungen, eine Uniform. Ich habe eine legion von Bögen, um die Markt zu retten, und die Arl Howe, die besonders genutzt sind, Sie sind die Schmerzen der ganzen Welt! Mit den Basten, ich muss nur über Dicen, ein bisschen von Drohlen oder Lachen zu ihnen zu schmerzen und schmerzen ihre Schmerzen, und dann zu schmerzen von ihren Noblen Fathers. Aber ich versuche, die Arms-Menn sind mehr Kriminelle als die Miscreanten, die wir manchmal arrestieren. Einige sind die Kriminelle, die wir immer arrestieren. Also, wenn deine Lebensblüde nicht in den Guttasen, wie wir sprechen, dann nicht losz. Ich habe eine sehr wichtige Rolle, die sich mit den Guttasen zu schmerzen. Ich habe eine sehr wichtige Rolle, die sich mit den Guttasen zu schmerzen. Ich habe eine sehr populär... Wenn ich meine Schmerzen in, jemanden kann sich, ...macher zu schmerzen, schmerzen. Und ich muss ihnen zu erklären, dass sie ein Guttasen ist, eigentlich gefährlich. Die Guttasen der Guttasen ist die Perle. Sie schmerzen die Guttasen, die aus der Linie aus dem Weg, und sie schmerzen sie ein Zeichen. Ich habe gesagt, beat down, not kill. Lass mich das wirklich klar machen. Nicht auf Feuer, oder explodet, oder eine Nose, oder welchen typischen Guttasen, die du träumen kannst. Entschuldigung. Ich habe mich an meine Schmerzen zu geben. Ich lasse sie zu schmerzen, und ich bin froh. Danke, Lorden. Glückwunschung. Jetzt hoffe ich einfach mal so sehr, dass wir das auch hinkriegen. Für mehr Training. Aber das ist so hart, ey. Ich habe so viele Säule zum Labern. Kannst du gar nicht merken. Ja, du bist richtig. Das ist sehr interessant. Ich nehme diese Noten von dir, und ich habe dieses Lirium als Beweis genommen. Du hast hier ein tolles Ding gemacht, Freund. Diese röge Magier-Freunde, unnummern. Ja. Das ist... ...meine Schmerzenhaus. Ich bin fast sicher. Ja, das ist die richtige Adresse. Ich habe noch mehr Gedanken. Ich bin fast sicher. 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 Das ist die Zeit, Frau. Ich bin fast sicher. S-i-s-t-e-r. Hm, oh, now I'm babbling. Maybe we should go. Let's go. Let's just go. Hey, you have linens to wash? I charge three bits on a bundle. You won't find better. And don't trust what that Natalia woman tells you either. She's foreign and she'll rob you blind. I'm not here to have any wash done. My name's Alistair. I'm... well, this may sound sort of strange, but... Are you Goldana? If so, I suppose I'm your brother. My what? I am Goldana, yes. How do you know my name? What kind of tomfoolery are you folk up to? Hmm. I'm not sure what you're doing. Look, our mother, she worked as a servant in Redcliffe Castle a long time ago, before she died. Do you know about that? She... You! I knew it! They told me you was dead. They told me the babe was dead along with mother, but I knew they was lying. They told you I was dead? Who? Who told you that? Them's at the castle. I told them the babe was the king's, and they said he was dead. Gave me a coin to shut my mouth, and sent me on my way. I knew it. I'm sorry, I didn't know that. The babe didn't die. I... I'm him. I'm... Your brother. Ugh. For all the good it does me. You killed mother you did, and I've had to scrape by all this time. That coin didn't last long, and when I went back, they ran me off. Hmm. That's hardly else for this. And who in the maker's name are you? Some servant of his to carry all his riches, I expect. Hey, don't speak to him that way. He's my friend. And a grey warden, just like me. Oh, I see. A prince, and a grey warden too. Well, who am I to think poorly of someone so high and mighty compared to me? I don't know you, boy. Your royal father forced himself on my mother, and took her away from me. And what do I got to show for it? Nothing. They tricked me good. I should have told everyone. I got five males to feed, and unless you can help with that, I got less than no use for you. I... I'm sorry, I don't know what to say. Well, so he's found it. I'm his sister. But what are you to me, boy? Except the one who took my mother away, hm? You think I wished her dead? I never wanted that. I didn't have the life you think I did, Goldana. I suppose not. A bastard is still a bastard, isn't he? But... Brother or no, I've got five males to feed, and no time to spare until they are. And let me promise you this, Goldana. I'll do whatever I can. Speak to whomever I have to. To ensure you and your children are taken care of. Hmm. That sounds all well and fine. But you'll have to forgive me if I don't exactly hold my breath. You have my promise. I can't give you more than that. I... Let's go. I want to go. Goodbye, sister. Well, that was not what I expected, to put it lightly. I lived up to my promise. I suppose, but this is the family I've been wondering about all my life? I can't believe it. I, I guess I was expecting her to accept me without question. Isn't that what family is supposed to do? I... I feel like a complete idiot. Hmm, oh, got him. Yes, I'm sorry, too. Ich sollte es besser kennenlernen. Lass uns gehen. Ich will nicht mehr darüber sprechen. Schön, dich wieder zu sehen. Ehrlich. Warum hat die jetzt plötzlich ein Quest, wenn ich sie davor erkenne? Ganz. Achso, ganz abgehäben da hat er was. Ja, gut. Okay, Dora von Mait's Relative. Ha, ha, I spy. Ist ja geil. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ah, hier gibt es so viel zu sehen. Es helft nicht aus, ey. Wer ist das jetzt? Du bist ein Grey Warden. Duncan's Apprentice. Du hast mein Freund und mein König Kaelin. Ich brauche Satisfaktion, Sir. Lohgain's charges gegen den Grey Warden sind falsch. So, du würd compounden Slander aufs Treason? Du darfst du Smear Terran Lohgain's Wort? Du wirst mit ihr beschränkt. Die Wardens haben nicht den Darkspawn verhörten. Ich mag dein Ton, Herr. Doch wir können das richtig sein. Wir sind das, um ich zu retten, aber ich kann nicht zu retten, die nicht zu schuld ist. Lebenser, Warden. Wenn ich die Wahrheit finden, dann wir wieder miteinander treffen. Mhm. Das würde ich doch auch sagen. Die Gesamtsituation ist schlecht. Dwarven Poetry? Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt wie Dwarven Poetry. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich habe die Verkaufung. Ich bin ein Trader. Ich bin der Röld, aber ich war über die Wachungsee, in Antiva. Es hat viele, viele Jahre, seit ich gesehen habe. Aber der Röld ist eine bessere Frau, als meine Stadt der Rölde ist. Auf der docks von Rialto, ist es günstig. Als günstig als die Dockside Ale und die Soiled Horses. Ich bin der Rölde. Wie ist das? Ich bin der Rölde, aber ich habe einen Rölde. Einen Tag. Zumindest kannst du sie sehen. Ähm... Nein. Noch nicht. Vielleicht einen Tag. Es hat viele, viele Jahre, seit ich ihn gesehen habe. Aber die Straße ist eine bessere Frau, als in meiner Zuhause. Glück zu dir, Warden. Willkommen in unserer Shop? If not, move along. Too many refugees blocking customers. Was ist das? Better trade cities to the north. But plenty good trade here. Now with war and blight, business is bad. Oh, yes. Hm. Was haben wir denn? Barbarian Mais. Barbarian Mais. Was ist alles schlecht? Alles schlecht. Aber nichts zu verkaufen eigentlich. Wie soll ich sagen? Danke. Nichts von mich dabei. Ähm... Okay. Aber an der Stelle... Jetzt hör mal auf. Wollen wir mal ehrlich sein. Das verwirrt mich alles hier in Dener Rim. Das ist nicht so toll, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Und äh... Da gibt es so viel Quests und Zeug zu machen. Und pipapo. Und... Ja. Deswegen. Und die Kunststücke sind jetzt auch ein bisschen... Strange, oder? Lame zum Päusle. Und das nächste Mal geht es weiter in Dener Rim. Und dann vielleicht können wir es wieder eine andere Quest lösen. Ja. Und dann geht es weiter. Bis dann. Und... Ciao.